Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Bad Wars zusammen gegen Blocky. Du bist im anderen Team, sehe ich. Ja, ich weiß. Ja, okay, gut. Hatten wir aber auch schon lange nicht mehr. Auf der Map... Doch, ganz früher bestimmt schon mal. 8x1 hatten wir ja auf jeden Fall. Ja, aber... Wird interessant, wird interessant hier. Mal sehen, was unsere beiden Randys so können. Die Teams sind doch voll geworden, oder? Außer gelb, ja. Also, Empire eine sehr minimalistische Map. Ihr seht hier Bronzespawner. Hier hinten ist Eisenspawner und hier ist das Bett, das man interessant zubauen kann. Interessant, ja. Sehr interessant. Sehr interessant auf jeden Fall. So sieht's aus. Sehr interessant. Dann schauen wir mal, was unsere Randys hier so reißen können. Ich bin auf jeden Fall rot, glaube ich. Und du? Okay. Ich glaube blau. Ja, blau. Blau, okay. Das ist sehr schön. Ja. Ich vertraue meinen Randys auf jeden Fall nicht und baue mal hier zu. Ich bin der cleverste Dude ever, ever on this earth. Okay. Bist du gerade etwa gestorben? Ich dachte so eine kleine Gesamseinlage ist ganz geil. Welches Team bist du? Wahrscheinlich das andere, was in der Mitte ist. Blau. Habe ich ja schon erwähnt, ne? Kann sein. Hör ich dir zu? Hör ich dir zu? Ich denk mir nicht, dass ich dir zuhör. Ich denk mir nicht. Blockler wurde besiegt. Er wurde besiegt. Einfach mal ganz random. Er wurde besiegt. Er wurde besiegt. Oh, Schafe habt ihr geschickt. Ja, mir bleibt ja fast keine Wahl, als sich jetzt schon auszulöschen. Äh, wieso? Ja, es existiert kein anderer Weg. Ja, dann bau einen, Digga. Was ist denn bei dir los? Hau ab hier. Mit eurem Kackschaf, Alter. Mach die Hexe aus, Junge. Mach die Hexe aus. Mach die Hexe aus, Digga. Mach die Hexe aus, das neue Intro. Ja, ja, das geht wieder los. Lassen wir das, lassen wir das. Lassen wir das lieber. So. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Uns? Ja. Meinst du mich und mein Team? Ja, doch. Uns geht's blendend tatsächlich gut. Ihr seid in der Mitte? Nein. Wer hat denn da einen Bogen? Na, ich. Na, ich hab da einen Bogen. Ist so... Ist so sweet. 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 Das tut mir schon fast im Herzen weh. Ach, Quatsch. Ah, ich hätte mir mehr Blöcke holen. So, ich hab schon wieder so wenig. Ja, stimmt. Wollen wir es probieren, oder was? Wollen wir es probieren? Wollen wir es probieren? Ich bin mir nicht sicher. Ey, ich bin mir auch nicht sicher. Da... 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 Diese alle direkt bereit stehen. Hier ja. Nice. Oh shit. Alter. Das war... Mein anderer Driemann-Partner hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja? Hat er das? Plötzlich konnte ich euch nicht mehr abwehren. War ein bisschen doof gerade. War ganz nice. Ja schon. War ganz nice gemacht von euch. War ein Versuch wert. Aber ihr habt nicht mit dem Bärsäcker gerechnet. Den Bärsäcker? Ja, ich hab ja gerade Schaden gehört, ey. Komisch, komisch. Komisch, ne? Hat da einer den Unsichtbarkeinstrank geschluckt? Das wollte ich, äh, genau, wollte ich sagen. Es gibt jetzt ein neues Item, und zwar den Unsichtbarkeinstrank. Wuhu! Für 15 Sekunden ist man unsichtbar. Ich weiß, du bist nicht ganz begeistert davon. Ich bin überhaupt nicht begeistert davon. Überhaupt gar nicht. Was ist denn da los, Ding? Ich bin mir da halt, ehrlich gesagt, absolut komplett unsicher, ob ich das, äh, gut oder schlecht finden soll. Ich meine, es bietet unendlich taktische Möglichkeiten jetzt. Gerade, wenn irgendwer in der Mitte kämpft, unsichtbar Trank reinhauen, du kannst in die Mitte kommen und die runterkicken. Angeblich soll man den Namen sehen, hab ich gehört. Ja, eine 1.8 hab ich auch gehört. Okay. Bisschen merkwürdig. Das macht den ganzen Trank eigentlich sinnlos. Irgendwie schon. Außer du Sneakers. Oh Gott, hier ist nur noch einer von euch. Hat er gerade jemanden. Was ist eigentlich mit den anderen Teams? Ist das hier ein 1 vs. 1? Oh Gott, das ist ein Schein. Sie sind da. Sie sind da. Nein. Darauf sind sie. Kommt das ja dabei mal. Wir sind jetzt schon wieder hier mit eurem Schafen, Alter. Das Team baut sich auch gerade rüber. Das ist ganz nice. Wie kommen die jetzt alle? Ja, irgendwie schon. Meier Schaf hat einen Abflug gemacht. Ich halte euch jetzt hier lediglich ein bisschen aufglaubig. Ich halte euch jetzt. Mh. 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 übertreiben jetzt natürlich auch bisschen doof dass einer von euch geliebt ist aber ich sag mal so ich sag mal so du holst jetzt mein besser als sache das finde ich jetzt hätte ich gesagt nicht ganz so nice von dir und die werden ich ja wohl auffallen wir halten dich null auf okay du hast keine spitzhacke glaube ich nur geh doch auf junge auf ihn ist total behindert er guckt da hin und bleibt stehen auf jeden fall nein meine fresse ich will ja nichts sagen aber du wirst mir doch kriegen ich komme nicht an ich komme einfach nicht dran an dich ach komm leck mich doch was ist denn das für ein idiot gewesen gerade ganz ehrlich der dich nur einmal an der maßen tot bist du auf jeden fall ja auf jeden fall aber hast das bett hat noch mitgenommen bist du dauernd ja echt kann ich ja gehen jetzt ja glück gibt es die anzeige und ja gut aber jetzt das ist richtig der scheiße und dauert echt lang das dauert sehr lange ich weiß ich kenne das auch du heiliger weil das war so geil dass du mich nicht getroffen hast aus irgendeinem grund ja ich habe die range war scheinbar zu gering ich kann mich dran an dich war gerade mal ein block zwischen uns ein paar schon ich habe ich habe auf der anderen seite abgebaut glaube ich da ich hatte so zwei drei blöcke die zu dir waren hat leider nicht ganz gereicht gehabt so jetzt bin ich aber ein bisschen gut ich habe jetzt immerhin den besseren bogen ja und jemand würde es noch schaffen denke ich mal eins grün kann nichts und gelb wird vernichtet gelb wird vernichtet ich weiß nicht ob der auch ein bogen hat das wäre ganz nice auf jeden fall so ein treffer schade ich dachte er läuft ein bisschen schneller nach da ja komm geh nach oben nach oben wo ich dich abschießen kann naja ich sag ja die können nix das sind richtige idioten die beiden grünen hey du musst spannung aufbauen sag die können richtig viel das muss jetzt richtig bespannt werden die sind richtig hektisch die beiden dünnes ich glaube die hacken auch des todes ja richtig aufpassen wenn da jetzt irgendwie es muss richtig aufpassen weil die hacken richtig eklig ich sehe hat schon so richtig komisch gehauen gerade so richtig merkwürdig auf jeden fall ich glaube nicht dass du das schaffen kannst es wird jetzt aber echt schwierig keinerlei löcke oder so kommt ihn hier noch ein zweimal treffen ja jetzt das sind genau die spornen vor ihm natürlich ganz nice gemacht hat er das ja ja er ist ja sweet gewesen gerade was war los mit ihm er hat einfach in diesem in diesem bibbus gesneakt ja dann hätte ich anscheinend nicht kommen sehen so richtig okay jetzt gucken sie verzweifelt und denken sich so machen wir jetzt jetzt nicht so gut ich habe mir bett halt ein glück ist hier irgendwo entstehen platziert gewesen das heißt hier wird das bett sein die haben das den entstehen random irgendwo platziert das habe ich ja noch nie erlebt das ist doch immerhin in der ecke was ein problem ja ich weiß aber nicht wo hier hinten in der ecke ist hier okay hier ist ganz viel entstehen rausgehen kann ich weiß es nicht ja okay da ist okay nur noch ein gelber das ist wunderbar und dem wird jetzt böse direkt pass auf ist er in der mitte sind noch zu dritt tatsächlich okay ja gut wartet geht nicht zu dem gelben der hat es drauf wobei hier existieren wirklich ganz schön viel gut der sieht nicht gerade so aus als den bogen auf dem dem bogen auf dem bogen auf dem ich mach dir nichts ich mach dir nichts ich mach wirklich nichts er hat am anfang schon geschrieben dass er einfach getötet werden weil er alleine ist ja komm mit komm mit rein komm mal mit rein mein freund gehen jetzt kuscheln gehen wir mal ein stück zurück vorsicht stück zurück ein beschützt ihn nein 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 lass ihn in ruhe lass ihn in ruhe lass ihn in ruhe gehe raus aus dem pixel match los du auch noch mit rein ja party jetzt geht weg hier ich kann mich weiter alle und ich wollte ich wollte ich wollte mit ihm zum bett gehen die monster kommen damit kommen damit kommen mit kommer mit kommen mit komm mit komm mit schnäten ich geschütze ich beschütze ich komm mit komm mit komm mit r deleweg ab bei den weg ab Nein, komm mit. Achso. Oh nein, er wird getroffen. Ich eskortiere ihn. Komm, komm mit. Komm mit. Schnell. Jetzt ist er hinter dir. Jetzt wurde er getroffen. Lauf, 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 lauf. Geh. Geh lang. Geh lang. Geh noch. Lauf. Komm mit, komm mit, komm mit. Uh oh. Uh oh. Es wird kritisch. Es wird kritisch. Komm hier runter. Komm, komm. Alarm. Alarm. Er kann mich auch einfach runterstoßen eigentlich jetzt. Ich vertraue ihm ganz schön doll hier gerade. Alarm. 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 Ist er noch hinter mir? Ja. Okay. Wir brauchen uns jetzt unser eigenes Reich. Voll der Escort Service am Start, Alter. Komm mit, komm mit rein hier. Komm. Komm mit rein. Party. Party in der Haus. Du nicht. Du nicht. Das steht in der Ecke. Nein, nein. Och Mann. Ich will alleine mit ihm sein. Geh weg. Das ist meiner. Wie er hier einfach ein Schwert in der Hand hat, den es immer wieder rauswirft. Oh tschüss. Jetzt beende ich das Ganze. Jetzt ist genug. Die Folge zieht sich zu lang. So nice. Gut. Das ist mal die Map Empire. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen einen neuen Freund gefunden auf jeden Fall. Und, ähm, seht ihr, er schreibt mir, schickt mir auch eine freundliche Anfrage. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein, Blocki. Und, äh, sehr gerne. Bis zu sehen. Verwerten. Und ihr wisst du, ne? Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.